Moin, herzlich willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 Neufriesische Marsch, 4-fach-Map Version 1.8 ohne Gräben. Ich muss gerade selber überlegen, ist das richtig? Ja, ist richtig. Und wir sind dabei, Paletten zur Ketchup und Mario Fabrik zu bringen. Auch wenn uns dann immer noch Kartonpaletten fehlen, aber die habe ich scheinbar alle verkauft. Beziehungsweise habe ich jetzt einen ganzen Haufen zur Haferflockenfabrik gebracht. So, nützt nichts, müssen wir durch. Ich bringe jetzt hier erstmal Leerpaletten runter. Eier muss ich dann auch nochmal holen. Die Mayo-Produktion. Öl müssen wir erst noch produzieren, da sind wir gerade bei. Ach, und um Tiere zum Schlachthof können wir uns auch mal wieder kümmern. Ja, es gibt so viel zu tun. So viel zum Thema Realismus. Aber das musste ich mir mal angucken von der Seite. So. Ja, irgendwie. Irgendwie lebt das hier schon. So. Ja, da haben wir schon was. Das ist doch schön. Jetzt kommt hier der Rest hin. Ja. Dann haben wir hier doch schon mal gut aufgefüllt. Jetzt können wir eigentlich mal... Ah, hier steht noch Zucker rum. Wollen wir zum Eierhof fahren. Hier oben auf dem Deich langfahren kann? Wahrscheinlich nicht. Ich lasse es mal. Ich fahre jetzt einfach mal so zum Eierhof. Ja. Im Moment gar nicht so spannend. Aber... nichts gehört dazu. Müssen wir jetzt durch. Mal sehen. Vielleicht zum Wochenende mit der Ernte anfangen. Mal gucken. Ich würde erst gerne hier möglichst viel an Produktionen am Laufen haben. Möglichst viel erledigt kriegen hier. Auf der Karte heute. Also nicht heute, sondern jetzt die Tage. Okay. Dann fahren wir hier mal rum. Okay. Boah, das haben wir lange nicht mehr gemacht, ne? So, hab ich eigentlich auch gar keine Lust zu. Puh. So. Wir müssen doch noch Geldkassetten beim Dingerns haben. Hier bei der Baustelle müssen doch noch Geldkassetten, glaube ich, sein. Wir müssen halt auch irgendwann mal gucken. Puh. Entschuldigung. Aber es ist gerade spätabends. Na, da vorne ist der Eierruf ja schon. Da müssen wir mal gucken. Die müssten ja jetzt eigentlich schon fleißig produziert haben. Oha. Was haben wir hier denn gemacht? Warum kommen die nicht nach vorne? Wieso reicht hier meine Lade-Möglichkeit nicht aus? Da muss ich die doch hinten laden. Produktion steht hier, oder wie? Wenn ja, warum? Mist ist voll, oder was? Blö. Doch, Mist ist voll. Mist. Also, im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist natürlich ärgerlich. Zumal wir hier jetzt auch keine... ...kein Förderband haben, um Mist abzufahren. Ach, oh, hier auch nicht. Mist kann ich hier so abholen. Ja, super. Dann mache ich das natürlich nachher. Oder morgen. Oder so. So. Ja, das ist doch schon mal... ...ganz ordentlich, was Eier angeht. Und wieder ab. Zu Tomaten. Ding ins Keh. Gut, gut. Ja, ganz schön lange Strecke, ne? In der Tat. In der Tat. Aber es nützt ja nix. Ah, ich hätte ja schon Bock, jetzt Live-Steam zu machen. Muss ich gerade sagen. So ganz spontan, aber... Ne, keine Zeit. Sorry. Sorry, sorry, sorry. Wie ist denn das eigentlich mit... ...Kartons? Habe ich jetzt doch noch Kartons im Lager, oder? Ne, ich glaube nicht. Ich meine, ich hätte eigentlich alles verkauft, was irgendwie im Lager stand. Oder im Lager lag. Aber wir können ja gleich mal uns zum Lager hin switchen. Und dann gucken. Wenn wir das hier abgeladen haben. Jetzt fliegen wir mal nicht so. Nehmen wir dann schließlich irgendwie... Weiß ich nicht, wie viele Paletten Eier jetzt dabei. So viel kriegen wir da bestimmt gar nicht rein. Na, mal gucken. Nehmen wir zu. Das war's. Okay, die wird da gerade gar nicht los. Na gut, nehmen wir die mit und stellen die hier drüben. Beim Zucker hin. Find's ja nix. Dann wollen wir hier beim Lager gucken. Suchen. Alle Endlager. Doch, oh geil. Nein, ich dachte, das hätte ich alles rausgeholt. Oh Mann. Patron. Ladung an. Ich dachte, ich hätte alles raus. Aber selbst Pellets habe ich hier noch eine ganze Riesenportion voll. Okay. Ah. 95.000. Hier unten noch eine Möglichkeit, hier wegzukommen und vernünftig zum Lager hin. Das ist wohl schon so mit die Beste. Okay. Na gut. Gut. Das machen wir noch in dieser Folge. Und dann war's das auch, wenn wir beim Lager angekommen sind. Euch schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn's euch gefallen hat. Wenn's euch gefallen hat. Bisher, wie immer. Kommentar, Like, Abo gerne da lassen. Freut mich. Jeder einzelne freut mich. Ähm. Jo. Vielleicht gibt's zum Wochenende hin Livestreams. Das kann ich noch nicht genau sagen. Da muss ich schauen, wie die anderen Mitspieler auch da sind und wie die Lust allgemein da aussieht. Also ich hab zwar Bock, aber mal gucken. Alleine will ich dann auch nicht. Tja. Wir gucken mal, ne? Ich schau mal hier mein... Ein paar Mal hier über meine Abkürzung. Ich hab auch schon lange nicht mehr bei der BGA geguckt. Bei der BGA, äh, Ost. Was denn mein Silo macht. Ich hab da doch mein Mais... ...mein Mais-Häckselgut hingefahren. Und der schon fertig fermentiert ist. Weil dann könnte ich den ja auch bald mal irgendwie verkaufen lassen. Da liegen ja auch ein paar Millionen Liter Mais-Häckselgut. Oder sogar schon. Hier liegt übrigens auch noch ganz viel Kompost. Ja, und auf der Rücktour können wir eigentlich da noch mal eben vorbeifahren und schon mal so die ersten Paletten... ...Speiseöl mitnehmen. Wenn denn schon welche fertig sind. Das weiß ich jetzt nicht. Naja, wie dem auch sei. Das sehen wir ja. Aber jetzt sind wir ja auch schon gleich da. Beim Lager. Geht ja dank dieser flotten MANs doch recht fix. Das war hier bloß noch genug. Genug aufladen. Ich fahr mal außen rum. Sonst müsste das Lager aber eigentlich komplett leer sein. Es dürfte jetzt hier also wirklich nur noch Pallets. Leerpaletten. Aber es ist cool, dass da auch Leerpaletten drin sind. Kann ich dann nämlich auch mal irgendwann spawnen lassen. Ich hätte eigentlich auch gleich den zweiten als Follow Me hinterher fahren lassen sollen. Ja. Wir lassen hier mal das Fahrzeug beladen. Und wie wir das dann alles wegbringen. Das sehen wir in der nächsten Folge hier. Let's Play LS17. Morgen nämlich. In diesem Sinne bedanke ich mich bei euch nochmal. Und sage Tschau.